Ein schöner guten Maul Ja 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 Ich glaube ich brauche viel Sorgen, da haben wir Wind Ja 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 Da hängt nach Geistöschen Ja 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommt die Sohn. Scheiß Eisbrick nicht wahr, gell? Gang des hier super. Wenn du jetzt mit dem Fräsentuch fährst, hast du noch eine große Kante und die werden noch schneller ziehen. Und gelangst du nicht so weit raus, denn du hast einen roten Rucksatz. Und jetzt, falls du wieder ein paar Monate mit dem Böschchen gleich rummachst. Und jetzt drehen wir eine Movement, die schlimmste Ur joined, das ist chamantrente Westen Frauen und die mira. Ich habe eine potentially ekkare Töne, die immer mit dem Böschchen umplastend Tom wie noch eine Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. Ah, jeder bitte an meine Abonnenten, oder halt an die Community, wo es zu schaukt. Genau, da ist man gamerfreie Musiktitel zusammenstellt und in die Kommentare schreiben. Ich dachte, dass ich da rauskriege und nach oben bin. Das stört mich schon, damit ich quatsche, dass ich da noch kein Radiogen habe. Das gibt ja so Lidl, was freigegeben hat. Also, das war super. Schreibt es einfach in die Kommentare. Oder stellt eine Playlist zusammen, keine Ahnung. Jetzt weiß ich, was die Dinge angeht. Natürlich, auch die Original-Fidelen brauche ich auch nichts. Ich gehe irgendwie ruckiger. Das war super. Dann haben wir hier eine ZD brennt. Das ist mit mir Mittwoch. Dann haben wir es alle auch verkündet lassen. Schau dir gleich besser aus. Dann strafen wir da wieder an und dann verdrücken wir wieder der Wind. Dann werden wir da noch überwüten. Dann werden wir da noch überwüten. Dann sind wir da noch überwüten. Das ist zu gräßig. Das ist schon mal gräbend. Also die... ...schleisch dich. ...schleisch dich nicht so vor hinten an. Ey, du, wie, Junge? Schleisch dich nicht so vor hinten an. Das ist der Grieß, muss ich machen. Den Eck ist schon mal öfter mal gehangen. Da drückt ein Blashändler am Manohol. Das hat so... ...dann ist er. Jetzt kam der Summe vom Altra hier. Hat nicht da drauf meinen Status geschrieben. Jo, mal den wir später noch einmal. Sonst schlauft es mir rein. Ha, bei der Herre der Wahl.